Die Digitalisierung ist eine der größten Veränderungen unserer Zeit, die uns alle betrifft. Auch in der Schule spielt sie eine immer größere Rolle. Aber wie sieht das konkret aus? Medina hat sich in unseren modernsten Schulanbau begeben und befindet sich in einem unserer gut ausgestatteten Computerräume. Dankeschön. Neben mir sitzt der Digitalisierungsbeauftragte Herr Thun. Hallo Herr Thun. Ich habe folgende Frage bekommen. Wie sieht es mit der Digitalität am Steinbadgymnasium aus? Ja, danke für die Frage. Hier am Steinbad arbeiten wir in allen Bereichen digital. Wir haben die Plattform iServe, über die wir kommunizieren können. Wir können darüber E-Mails schreiben mit den Lehrern, Eltern, mit den Schülerinnen und Schülern. Wir können aber Dateien austauschen und aber auch die Stundenpläne sehen. Gleichzeitig haben wir aber auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Wir haben Roboter, wir haben 3D-Drucker, Greenscreens, Podcast-Aufnahmegeräte und vieles mehr, mit denen wir im Unterricht oder in Arbeitsgruppen zum Beispiel arbeiten können. Gleichzeitig denken wir aber auch darüber nach, wie müssen wir eigentlich solche Geräte benutzen. Also wir denken auch über diese neuen Medien nach und reflektieren die kritisch. Und am Ende ist es so, alles ist im Wandel. Wir müssen agil bleiben. Es gibt immer etwas Neues, aber wir bieten schon ganz schön viel. Dankeschön, Herr Thun. Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte arbeiten zurzeit gemeinsam an einem neuen Mediennutzungskonzept, um für die Zukunft des digitalen Lerns gerüstet zu sein. Spannende Sache. Vielleicht gibt es darüber mal einen eigenen Film. Genau. Wir sollen sehen uns über alles vom holen. fing an aus. Wenn in têm, dass wir ein Film. Das istfillfeiert.